So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja, wir müssen ganz schnell hier Emma rausbringen. Wir müssen so schnell wie möglich zu Strad L. Und ab da können wir sie dann zu dem Computerraum bringen und die ganze Sache dann endgültig abschließen. Tschüss, gute Nacht. So, Emma, wir können weitergehen. Ich finde es richtig schade, dass sie nicht alleine gehen kann. Damit wäre es viel schneller. Aber naja. Mhm, das könnte ich gut gebrauchen. Ah, wieder mal diese Drohnen. Es gibt gerade zwei von denen. Ich bin so schade. Keine Sorge, wir sind schon fast da, Emma. Wir sind schon fast da. Nicht aufgeben. So. Jetzt sind wir durch die Brücke, äh, über die Brücke. Ich sag schon durch die Brücke. Okay, ich bekomme jetzt wieder einen Anruf. Ja, das hätte ich auch schon so oder so jetzt mir, äh, so oder so erraten. Aber danke für die Information. Mir war schon klar, dass man mit einem Kühlspray Feuer löschen kann. Ich meine, ist logisch. Heißt auch Kühlspray. Kühlspray, ne? Ja, es brennt noch. Warum kann man keinen Feuerlöscher hier irgendwo finden? Anstatt diesen Kühlspray die ganze Zeit hier zu nutzen. Hm. Ach Reiden, sei doch nicht so. Die Dame hat dir geholfen. Sei doch mir bitte dankbar. So, wo sind wir hier denn, bitteschön? Aber ich sehe schon auf jeden Fall Feinde. Wenn ich mich nicht irre, sind da zwei von denen, oder? Ja, da ist ein zweiter. Gute Nachts. Gute Nachts. Gute Nachts. Ich dachte, die Wachen sind hier schon alle weg. Und wir können hier Neutronen finden, aber scheinbar sind die noch da. Gute Nachts. 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 Ähm, 130, 130. Ah, ich hab vergessen. Egal. Das wird die letzte, die wir sehen. Die Soldaten, die Schreiber, ich glaube nicht, dass wir uns über die ganze Zeit kommen können. Es sieht aus, dass man gar nicht so unterstützt, eine Person. Wie viel du hast, Ähm? Are you going to ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Ryden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's going to have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Ryden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I've faced a similar situation in Advanced Mode Level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm going to clear a path for you from here. How? Sniperfire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. Alright, get going. You'll be fine. Alles klar, dann müssen wir jetzt Scharfschützen spielen. Kein Problem. Hauptsache ich treffe hier Emma nicht. Das möchte ich auf gar keinen Fall jetzt machen. Ich habe schon genug Game Over. So, wir können hier auf jeden Fall zwischen der Betäubung, zwischen dem Betäubungsgewehr wechseln und dem normalen selbstverständlich. Und da ich hier jetzt hier nicht so auf töten drauf bin, ich möchte gerne die Soldaten jetzt hier alle betäuben. Vorsicht Emma. Und falls ich hier auf Drohnen stoße, ja dann zerstören wir die halt. Ach. Jetzt fällt es mir ein. 130 Feet sind ungefähr, ich glaube entweder 39 oder 40 Meter. Kann sein, dass es auch 45 sind. Was jetzt? Ja, okay. Snake kann uns jetzt auf jeden Fall Scharfschützen Leckung geben. Gut zu wissen. Wenn ich hier dann die Situation dann kacke sein wird, dann gebe ich ihm gerne Bescheid. Oh verdammt. Mist. Ich habe beinahe vergessen, dass da noch weitere sind. Hauptsache der Alarm wurde nicht geschlagen. Das ist das Gute. Aber wie gesagt, Leute, falls ich jetzt hier falsch war mit den 130 Feet, das mit 39 oder 40 oder sogar 45 Meter, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich bin mir sicher, dass es entweder 39 oder 40 waren. Ich weiß nicht, warum ich auf 45 hingegangen habe. Das ist ein bisschen zu viel. So, du bist schon fast da. Das ist schön. Das ist schön. Wenn ich mich nicht drehe, können wir hier einen versteckten Dialog mithilfe von unserem Mikrofon hier abhören. Aber ich glaube, das ist bei diesem Turm da, oder? Wir schauen gleich mal. Falls nicht, dann ist es auf dem anderen Schwierigkeitsgrad. Ach ja, apropos Schwierigkeitsgrad. Ich habe euch noch vergessen, was zu erwähnen, Leute. Ähm. Mit jedem Schwierigkeitsgrad, das ihr ausfällt, verändert sich ja auch das Spiel ein bisschen. Zum Beispiel, wenn ihr das auf Hart spielt, dann wird das Spiel auch natürlich euch mit der Härte auch dann annehmen. Perfekt. Danke, Snake. Alles klar, der wird uns jetzt Deckung geben. Okay, das war ich nicht. Ja, jetzt auf jeden Fall drauf. Da ist er schon. Sein Alter hat ihn nicht nachgelassen, was? Ich glaube, jetzt muss dieser versteckte Dialog kommen. Ich bin schade. Das tut mir leid. Ich kann das nicht. Du schaffst es. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Nein. Warum nicht? Geh weg von guten Gästen, wenn du kämpfst. Otherwise, du schaffst mit Diarrhe. Huh? Eine der wenigen Dinge, die ich von Shadow Moses gelernt habe. Was bist du? Herr, du schaffst das? Ernestige Geschichte. Nichts worry. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Aber das bedeutet, dass du mich einfach nicht loslassen? Na klar, du hast eine einfache Art von ihm. Aber sicher. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh, no, my stomach. Not again. This place is about to sink. Just get out fast, okay? Wait! What? What's your name? Don't have one. Huh? Okay, fine. It's Johnny. Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... Heh. What a weird guy. Hey, what a snake-eater. Thank you very much, Dave. I'm looking forward to thinking about it. Oh, my nice little mother. Oh, I'm looking forward to thinking about it. Oh, I got it. Oh, my god. Oh, I got it. Oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. der Kong Skull Island verfilmt hat, bald rauskommen wird. Natürlich arbeiten sie noch daran, das ist kein Problem. Sie haben, soweit ich weiß, den Skript auch schon fertig und sie müssen dann noch mit den Schauspielern die Sache regeln. Aber wenn der Film dann in Entwicklung gehen wird, ich hoffe, die werden da eine Szene einbauen, wo Johnny dann wieder mal kacken muss. Ich hoffe, dass die das da machen. Das wäre so richtig cool. Kommt der denn jetzt auf einmal her? Blöder Vamp. Na schön, du willst einen Headshot? Tschüss. Jetzt tu mir einen Gefallen und bleib verdammt noch mal tot. Oh, verdammt. Bitte sag mir nicht, dass sie tot ist, oder? Das war's. Das war's. Geh da! Geh da! Ich hoffe sie durch, weil wir brauchen sie noch Ohne sie können wir dann GW überhaupt nicht aufhalten und dann... Ja, dann haben wir ein Problem Ah, wieder mal dieser Soldat, der überhaupt nicht aufpasst Nee Aber ich werde dich zu der Aufgabe zwingen So, du gehst jetzt mal schön schlafen Gute Nachts Zt Zit 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 Ich hoffe, sie überlebt es. Ich freue mich. Oh, verdammt! Ich hasse Drohnen. Ich hasse diese verdammten kleinen Drohnen. Freeze! Are you going to shoot me? Wehe, das passiert gleich noch mal. Du kannst nicht mal. Gut. 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 Das war's für heute. 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 What? What? What's wrong with E. Emma? 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 Answer me? I? 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 Was ist das? Du sagst, dass ich nur in deinem Weg bin. Das stimmt. Nur du kannst du diese Städte retten, verstehst du es? Genau. Listen, die zwei von dir nicht werden können, um das Ding zu zerstören. Eliminieren den敦, das ist deine einzige Option. was try to get as many hostages out as you can it's a short flight to the shore so aber nicht überrascht über die Kamm-Ov. Geh es mit mir. Ich stehe auf dich, Anakon. Al, ich vermisse dich. Al, ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich, Anakon. Wir sind die gleiche. Ruhe und Frieden, Irma. Ruhe und Frieden. Ich vermisse dich, Anakon. 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 Nun, wie wir das Ding öffnen? Du kannst jetzt rauskommen. Ein Ninja? Was ist das? Arsenal wird es wegnehmen. Wir müssen uns noch ein paar Dinge beachten. Diesmal, es wird uns nicht verletzt. Snake, was ist das alles? Bedeutung, richtig? Ich würde das nicht machen. Du veränderst die Seite jetzt? Veränderst die Seite? Ich weiß nicht, dass ich auf deinem Seite gesagt habe. Verdammt! Du bist bereit für ein bisschen Schutteye? Fast Zoom! Erst hat uns Snake verraten und jetzt auf einmal ist Olga Grulukovic noch am Leben? Was geht hier ab, verdammt? Ja! 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 Ja, warum nicht? Wir sind schon hier zu weit gekommen. Ich möchte auch nochmal sicher gehen, dass wir hier das Ganze nicht failen. Warum nicht? Dankeschön. Wir sind hier, die Genome-Data. Aber es gibt nichts von diesem Mann. NSA, CIA, FBI. Er ist nicht in einer Datenbank. Er ist ein operativer von einer nicht existenten Organisation. Ich habe das so viel erwähnt. Aber ich weiß diesen Mann. Wunderschöne ihn. Ich habe das so viel erwähnt, nicht wahr? Jack the Ripper. Solidus. Ich habe das so viel erwähnt. Du bist das so viel erwähnt, nicht wahr? Du bist so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Das ist eine Konsequenzialismerung. Sie haben auch die Erinnerung? Ich bin auch. Das ist mein Sohn. Ich habe ihm alles. Das ist mein Sohn. Ich habe nie gedacht, dass ich dich wiedersehen kann. Du... Ich weiß mich? Du nicht erinnerst. Deine Namen, deine Fähigkeiten. Alles, was du kennst, hast du von mir gelernt. Ich bin. Die 80er Jahre. Ich habe ihn aus dem Relief-Center. Ich habe mich gefragt, was hat dir passiert? Ich sollte es wissen, dass sie dich rekrutieren würden. Ich werde dich benutzen. Es ist ein Interessant. Wenn er ein Lacky für die Patriots ist, ich wundere, dass er nichts von Interesse ist. Was müssen wir mit ihm machen? Wir nutzen ihn wie du sagst. Was ist das? 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 Was Warum erinnert mich dieser Ort an Shadow Moses? Also doch sitzen wir in Shadow Moses I'll take this back, you don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing, we shall speak again Don't move, stay as you are, we're being monitored by a camera What are you up to? I'm switching over to nano communication Mr. X? Ninja? Correct, it's me I thought you were the leader of the Russian troops No, that was just a smoke screen A smoke screen? I was sent to provide you support Support? Who sent you? The colonel? No, the patriots What? I, I deceived my troops, betrayed them But why? My child is being held hostage by the patriots It all started two years ago when I lost my father During the tanker incident My men and I had nowhere to go So we joined forces with an illegal Russian organization The Russian mafia? Something like that Actually, I learned much later that it was a subordinate organization of the patriots I was expecting at the time When I gave birth to my child It turned out I was in a hospital run by the patriots In the morning My child was gone My baby is being kept somewhere in this country Have you ever met your child? No Once a month they send me a photo of my child via network I've never even held the child in my own arms I see Given your situation Nobody can blame you for what you did That's your opinion What about Snake? I thought you were enemies He wasn't responsible for my father's death Actually We owe him our lives Two years ago They were responsible for getting us out of the sinking tanker alive So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this Huh? When I confronted him here You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl Snake So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain Mutual gain? My job was to assist you If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure The patriots would judge that as failure on my part And terminate my child Putting it simply My child's life depends on your success So you did it all for your child But why would the patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No You're just like me We're just pawns Pawns for what purpose? The S3 plan Huh? You'll figure it out sooner or later But I wonder if you'll handle the truth What do you mean? Listen We haven't got time for this Solidus will commence his attack any minute He's got to be stopped What about the virus? No results so far I think the patriots have tampered with the program Will it work? I don't know Get me out of this thing Not yet I'll release your restraints after I leave this room Where's my gear? Snake's got everything I couldn't bring it here And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar He'll be waiting there I gave him a card key for the hangar Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No Even for Snake It's impossible to completely destroy this thing The only option is to stop Solidus and his men What are you going to do? Stay concealed That's my role I still can't afford to be discovered Olga You can't keep this up They're bound to find you Listen I'll free you in a little while Brace yourself Also jetzt bin ich ein bisschen verwehrt Jack, are you all right? Oh, uh, yeah Jack, is it true? What Solidus said? Yes It's unbelievable Drafting small children, sending them to war It's not allowed under international conventions ICC rules don't mean a lot in war Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now I was just one of them So you remember? I thought your memory had been manipulated by them It was But I have nightmares every day Pieces of the past I can't put together Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand You wouldn't know that until you try me I didn't want you to get hurt There was never a real reason for me to fight Except that someone put a gun in my hand And that someone Was him It wasn't your fault If I survived the day's fight I was praised, fed, and had a bed to sleep in I think I was only six when I held my first AK But I'm not even sure of that Jack I'm not like Snake I never questioned why we fought There was no purpose, no way out They give you a gun, you ask how many to kill Well, if you didn't, you were the one they shot instead It's okay, no one is blaming you We were shown Hollywood action films every day The kind with macho guys and big guns They call it image training They... they built us from the ground up Into killing machines We were fed once a day I can still taste the gunpowder They mixed into the food Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it Giving it hallucinogenic properties It kept us drugged Controllable Oh my god When the civil war ended Those of us who survived were taken in by NGOs They gave me a new life in the States I can't complain But nothing's changed The only people who have no problem with my past Have secrets and agendas of their own Terrible nightmares Every night I can never forget Jack I'm afraid of the night That's why I don't sleep next to you You should have told me Told you what? That I'm a killer? And always have been? No 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 What I hate more than anything else in the world Is my own past I didn't want you or anyone to know about it Now I know why I was chosen for this mission No one can take him on Take him down Except me I've been kept alive this long for this I knew as soon as I saw Solidus Jack I love you the way you are now You have to believe me I didn't know anything about you I admit that Where you were born How you grew up But I know that now And I know that what I feel for you Can only get better And I'll share in your past If that's the price It doesn't work that way No one can share the burden of what I've done It's not one of those warm and fuzzy things couples share I accept the good and the bad, Jack That's what you do for someone you love I don't want to share my past with anyone I just want to forget about it Jack I haven't told you You know About what I've done The last two years with you It's been more than I've ever hoped for Jack But I can't go any farther I know you want to get married I... But I can't I can't risk starting a family There's no way to erase my childhood It's all right, Jack Please Don't say any more Du meine Güte ey Das ist ja mal ein richtiges Drama hier Aber was mir auffällt Raiden wurde als Der weiße Teufel bekannt Und er war in den 80ern Und in Afrika Denkt ihr was ich denke? Ist auf jeden Fall verrückt Gut Wir sehen uns dann im nächsten Part Bei Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Bleibt dran Es wird weitergehen Es wird weitergehen